Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allah ist Gnädigin des Baumherzigen. Liebe Ahmadi, Brüder und Schwestern, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von KOMPASS. Wege zum Ziel mit einem ganz, ganz wichtigen Thema heute. Denn, wie Sie wissen, sind wir gerade in einer Zeit, in einem Jahreskalender, wo viele religiöse Veranstaltungen innerhalb der Jamaat anstehen. Zum Beispiel die Ishtamaas, der Selitensims, aber auch die Jeltsaslana ist gar nicht mehr so weit weg. Und Sie erinnern sich, dass unser geliebter Imam, Hazat Relefatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah wa ta'ala Benesl-Aziz zur Jeltsaslana oder nach der Jeltsaslana 2023 gesagt hat, dass wir alle noch viel daran arbeiten müssen, die Heiligkeit religiöser Versammlungen zu verstehen und uns auch besser benehmen müssen. Deshalb werden wir ab jetzt einige Folgen diesbezüglich den Schwerpunkt legen, was denn diese Heiligkeit und die Besonderheit von religiösen Versammlungen ist und wie wir es schaffen, in unserem Herzen diese Worte auch von der Sudekte Ayyadahullah wa ta'ala Benesl-Aziz zu implementieren und auch natürlich praktische Tipps, die wir Ihnen mitgeben wollen, jetzt und auch in den nächsten Folgen. Deshalb fangen wir jetzt damit an. Kompass. Wege zum Ziel. Ja, von daher ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen bei den Murubianen. Hier nochmal, Murubi Sadilzayb, Murubi Sadilzayb, Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich habe es gerade gesagt, Hasul Akziz, Ayyadahullah wa ta'ala Benesl-Aziz, hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht gehabt, auch beim letztes Mal, Delsasalana 2023, dass wir uns nochmal dahingehend reformieren müssen oder uns nochmal unsere Handlungen anschauen müssen, wie wir religiöse Versammlungen überhaupt einzuordnen haben, sie schätzen müssen und da richtig auch teilnehmen müssen. Darüber sprechen wir gleich, aber vielleicht zur Einführung, Murubi Sadilzayb, diese religiösen Veranstaltungen. Wir haben in den nächsten Wochen einige Ishtama'ahs unserer Seelitensiv, Shrodam al-Ahmadiyah, dann die Legenda und Ansarullah und dann natürlich Inshallah die Delsa-Yuki und Delsa-Germany. Was ist eigentlich diese Besonderheit dieser religiösen Veranstaltung im Allgemeinen? Der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass man in der Spiritualität sich steigert, in der Bindung zu Allah sich steigert und sich gegenseitig sozusagen unterstützt und schärft in den spirituellen Sinn. Und das, davon kann man aber nur Nutzen ziehen, wenn die Absichten klar sind. Also, Innam al-Akmalu biniyat, wir kennen ja alle diese Überlieferungen, wo es heißt, dass die Handlungen gemäß ihrer Absichten bewertet und beurteilt werden. Das bedeutet für uns konkret, aus welcher Motivation gehe ich heute zur Moschee, zum Islas, zum Jumma, zum Ishtama, zum Jeltsa. Diese Motivation, die sich erstmal klarzumachen und dann daran festzuhalten, während, also davor, während der Sitzung und danach noch, das auf dem Herzen auswirken zu lassen, das ist eigentlich, wo man dann letztendlich von diesen Sitzungen profitiert. Also, das heißt, der erste Schritt wäre, erstmal der Sinn und Zweck dieser religiösen Sitzungen und der zweite, die Absicht, warum man eigentlich überhaupt dorthin geht. Was ist denn noch, oder sind weitere Zwecke, die erzielt werden sollen für die Ahmadi, Brüder und Schwestern durch diese religiösen Versammlungen, wie Ishtama oder Jeltsa Jats? Ja, allen voran ist hier auch der Punkt der Gottesfrüchte auch hervorzuheben. Und die Sache ist, wir wissen es auch aus Überlieferungen, dass sich Menschen, wenn sie sich zusammentreffen und eine bestimmte Absicht haben, dass sie sich gegenseitig auch beeinflussen. Wir wissen es vom Gebet, wenn der Betende, wenn da verschiedenste Menschen miteinander in einer Reihe stehen, die gleiche Absicht haben, dass sich da sogar die Spiritualität von einer Person zu anderen, dass sie weitergegeben wird. Und dasselbe ist auch in den religiösen Veranstaltungen auch genauso zu erkennen, dass wenn man dort vor Ort ist, dass man da wirklich, vor allem bei der Jeltsa Salana, da ist die Atmosphäre wirklich sehr, sehr ergreifend. Man hat nach der Jeltsa Salana ein Gefühl, eine Atmosphäre, ein Bewusstsein, eine neue Motivation. Man tankt quasi Energie für das ganze Jahr. Also man ist da in einer Phase, wenn man aus der Jeltsa Salana herauskommt, vor allem nach dem Treuegelübde, nach dem Bet, ist man da wirklich emotional so auch emporgehoben, die Spiritualität, man merkt es, alle Menschen sind dabei. Man sieht die Mitmenschen, man sieht ihre Emotionen, man hat auch die eigenen Emotionen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sonst weltlich gesehen nicht zu finden ist. Das ist wirklich nur in religiösen Veranstaltungen zu sehen. Dass man dort wirklich sozusagen alle zusammen nochmal einen Schwur ablegt, einen Eid ablegt und dann genau diesen Eid ablegt, dass man sozusagen die Religion dem Weltlichen auch Vorrang gewähren wird, dass man die Gebote aller Talas erfüllen möchte, dass man wirklich zu einem besseren Menschen werden möchte. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel insgesamt. Gibt es islamische Quellen auch außerhalb der Ahmadiyyat, sage ich mal, die, natürlich als Ahmadiyy Muslim werden wir und versuchen natürlich immer all das auch zu machen, aber es gibt ja auch weitere, ich sage mal, islamische Gebote. Ja, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Pilgerfahrt oder das Eid in der Gemeinschaft, all diese Themen. Vielleicht können Sie weitere solche islamische Quellen oder auch Beispiele aus der Vergangenheit erwähnen für unsere Ahmadiyy-Zuschauer, die das nochmal besonders machen und die Wichtigkeit nochmal untersprechen, dass man religiös auch in großer Gemeinschaft zusammenkommen sollte. Genau. Ja, bei diesen, also wichtig dabei ist, dieses Bewusstsein zu haben. Also wenn wir uns genau an die Worte von Hasud erinnern, sind gewesen, die Heiligkeit der religiösen Sitzungen, den Mitgliedern bewusst machen. Die Heiligkeit, taqaddus, ne? Was ist die Heiligkeit dieser religiösen Sitzungen? Die Heiligkeit ist, Allah Talas Gebur, kunu ma'as sadiqin. Seid mit den Aufrichtigen, den Wahrhaftigen. Ja, dass man die Gesellschaft sucht von denjenigen, die spirituell sind. Das ist ein Vers im Heiligen Koran, ne? Genau. Und für uns auf der Jalsa Salana heißt das in erster Linie natürlich der Khalif der Zeit, Innichter Ma'at, all die Leute, die mit der Absicht gekommen sind, aus der Liebe zu Allah herausgekommen sind, das ist für uns wirklich gute Gesellschaft. Das macht das heilig, ne? Macht das besonders. Das ist der erste. Der zweite Schritt ist, dass Allah Talas im Heiligen Koran auch sagt, dass man sich zusammensetzen soll für gute Sachen. Ja, für Aufrichtigkeit, für Gutes und für Gottesfurcht und Gottesachtsamkeit. Das heißt, auch hier würde man ein Gebot Allah Talas sagen, das zweite Gebot sozusagen. Und das dritte ist eine Überlieferung von dem heiligen Propheten, der gesagt hat, dass wenn eine Sitzung stattfindet, wo Allah gedacht wird, dass da Harmonie, Ruhe niedergesandt wird und Engel sich niedersenden. Und dann kennen wir auch diese eine Überlieferung, bestimmt schon mal gehört, wo davon die Rede ist, dass so eine Sitzung stattfand, wo man Allah Talas gedacht hat. Und da kam jemand vorbei, hat nicht so richtig viel davon verstanden, hat sich einfach dazugesetzt. Und auch die Person, die hat das Paradies erlangt. Das zeigt diese Besonderheit. Die Besonderheit, wenn man zusammenkommt, aus der Liebe zu Allah heraus, für Allah, für einen noblen religiösen Zweck, das ist, was diese Heiligkeit im Herzen herstellt. Und dieses Daqadus brauchen wir genau für diese Sitzungen. Jetzt noch mal ein wichtiger Aspekt dazu. Wenn wir uns, also die von uns, die schon mal in Mekka und Medina waren, wenn man dort ist, merkt man, da ist eine komplett andere Grundeinstellung bei den Menschen. Die meisten von denen sind arm, der Durchschnitt der Welt ist ja relativ arm. Die haben ihr Leben lang gespart und kommen zu den heiligsten Städten, die es im Islam gibt, Mekka und Medina. Und wenn die dann dorthin kommen, dann die Grundhaltung ist eine so noble, weil man weiß, man ist nur für Allah gekommen. Und dann entsteht so ein gewisses Daqadus, eine Heiligkeit. Genau das brauchen wir für all unsere Treffen, wo Allah dala gedacht wird. Und das sind sozusagen die Gebote, wenn wir uns, ja, warum gibt es diese Gebote im Heiligen Koran? Gemeinschaftlich das Gebet zu verrichten, für Jumma zusammenzukommen, für Ii zusammenzukommen und dann noch mal für sozusagen Hajj, Umrah zusammenzukommen. Diese Gemeinschaft, die ist unglaublich wichtig, um sich gegenseitig zu stärken und sich gegenseitig zu stützen, um spirituell sich weiterzuentwickeln. Alleine fällt das schwer. Das ist so ein bisschen so, ja, wie man schon, wenn man sich den Knochen gebrochen hat, braucht man einen Gips drumherum, um den Knochen wieder zusammenwachsen zu lassen. Um genauso die Bindung mit Allah dala herzustellen, braucht man auch eine Organisation, eine Struktur, eine Gemeinschaft, um sich gegenseitig zu stärken und auch die Schwächeren mitzunehmen. Wie können wir unseren Brüdern und Schwestern und natürlich auch für uns selbst diese Worte, die Sie von der Suryak das ja erwähnt haben, um das noch mal aufzugreifen, Tkados, Heiligkeit. Für viele, ich meine, der feiste Messias al-Islam hat ja auch gesagt, gerade wenn wir über das Thema Jeltsaslana sprechen, das ist jetzt kein weltliches Event, das ist kein Fest, wo wir hinkommen, sondern, Sie haben es beide gerade richtig angesprochen, es dient dazu, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Wir haben ja in diesen Tagen ja auch von der Abteilung terbiert, wie über das ganze Jahr hinweg ja auch verschiedene Aspekte, wie man zu dieser Spiritualität finden kann. Und die Jeltsas oder die Stamars sind ein wichtiges Fundament dafür. Wie können wir in unserem Herzen diese Heiligkeit im Vorfeld auch schon mal, ich sag mal, verständlicher machen? Richtig, also praktisch. Praktisch, genau. Also, ganz einfach, wenn man aufbricht für Jeltsas, für Jeltsas, für Jeltsasalana, wenn man aufbricht, den Aufwand betreibt, dass man drüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel mit der Familie im Auto sitzt gerade, dass man drüber nachdenkt und darüber spricht, warum fahren wir eigentlich dorthin? Was wollen wir eigentlich von dort? Was ist unsere Absicht? Was ist der Sinn und Zweck? Und dann sich bewusst zu machen, den Sinn und Zweck, die Absicht klar zu machen und dann auch dort sich gegenseitig daran zu erinnern. Und dann auf der Rückfahrt soll man sich dann genau die gleiche Diskussion nochmal führen. Haben wir den Sinn und Zweck erreicht, weshalb wir eigentlich dort losgefahren sind? Wir haben das Auto angemietet oder betankt und wie auch immer, alles Mögliche, all der Aufwand, der betrieben wurde, sind wir mit leeren Händen zurückgekommen oder haben wir etwas erreicht? Das ist ganz praktisch, einfaches, einfache Sache, die man nutzen kann für die Familie auch, um da auch im Alltag Nutzen zu sehen. Das gilt jetzt nicht nur für Jeltsasalana, das gilt für alle religiösen Sitzungen, das gilt sogar für unser tägliches Gebet, wenn wir zur Moschee fahren. Die Reflexion, welche weiteren Möglichkeiten kann es geben für unsere Zuschauer, dass sie sich dieses Takedus, dieses Wort, diese Heiligkeit, diese Besonderheit, diese Einzigartigkeit dieser Veranstaltungen im Herzen zu implementieren, damit, wenn wir dann vor Ort sind, mit dem richtigen Fokus diese Versammlungen auch durchlaufen? Also hierbei sind auf jeden Fall die Aussagen von unseren Kulafa und vom Faisen Messias, der Sattel Islam auch sehr, sehr wichtig. Und er hat es auch, die Jeltsasalana, wenn wir das nochmal gerade genau ansprechen, der hat es auch als Shairullah angesprochen. Er hat es gesagt, das ist ein Zeichen Gottes. Und wenn die Jeltsasalana einen so hohen Stellenwert hat in der Jamaat und dementsprechend eine Plattform ist, wo sich wirklich alle Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, ob sie überhaupt Ahmadit sind oder nicht Ahmadit, sind Gäste ja auch eingeladen. Und bei denen sieht man auch genau diesen Einfluss, diese Wirkung, die diese Jeltsasalana dann auch hinterlässt. Und die ist bei jedem einzelnen Ahmadit auch zu sehen. Und wie man da sozusagen quasi die Wichtigkeit dann auch selber erstmal versteht, ist genau dadurch, also gekennzeichnet, dass man wirklich da, wenn man dann vor Ort ist, versucht, die einzelnen Ansprachen wirklich dann auch mal in Brünsicht dann wirklich auch mal sich damit auseinanderzusetzen. Und nicht nur zu lauschen, sondern wirklich auch zu überlegen, was die Kernaussagen sind, was nehmen wir aus dieser Ansprache mit. Man darf nicht Prioritäten setzen, dass man sagt, ja, ich mag diesen einen Redner, den möchte ich jetzt nur lauschen, den anderen mag ich vielleicht nicht so und den werde ich dann, habe ich ein bisschen mehr Zeit, werde ich vielleicht nicht lauschen. Das hat übrigens auch Resultat selbst erwähnt, für unsere Zuschauer. Genau, das sind Worte von Resultat. Dass man eben nicht sagen soll, okay, der Redner, der ist jetzt gut, den höre ich jetzt zu und bei der anderen gehe ich jetzt irgendwie raus. Nein, wir sollten als Ahmadi Muslime allen Reden Wertschätzung geben. Genau, ein jeder Redner, er bereitet sich vor und man muss oder man sollte immer versuchen, dass man aus jeder Rede wirklich Punkte entzieht, die man mitnehmen kann. Und das ist wirklich auch so zu finden, weil man, weil diese Reden sozusagen auch in diesem Shairullah dann auch kommen, sozusagen einen höheren Sternenwert haben. Die Redner werden auch von Allat Allah auch geleitet. Es ist dann eine derartige Atmosphäre, die wirklich dem Menschen sehr, sehr viel bringen kann. Und da ist es dann auch wichtig, dass man natürlich neben dem eigenen Lauschen dann natürlich auch die Mitglieder, Familienmitglieder dann auch dabei hat, dass man vielleicht auch mal den Nachbarn sehr, sehr höflich darauf aufmerksam macht, dass man jetzt in der Sitzung sitzt und dass man diese Lausche, dass man die auch wirklich versuchen sollte, wirklich auch sozusagen aufzusaugen, die einzelnen Worte. Und allen voran von Hasuri Ektas. Also da ist dann nochmal eine ganz andere auch Motivation gegeben. Wenn Hasuri Ektas sich in der Ortschaft befindet, alleine wenn er im Blickfeld ist, wenn ich Hasuri Ektas sehe, dann sollte es mich nicht kümmern, ob die Soundqualität da wirklich gut ist, ob ich überhaupt was verstehe. Allein die Präsenz von Hasuri Ektas sollte ausreichen, mich zum Schweigen zu bringen. Ich sehe ihn im Raum und das reicht schon aus, seine Anwesenheit ist schon so segenreich für mich, dass ich wirklich da in vollen Zügen das nutzen sollte und diese Atmosphäre wirklich mal auch einnehmen sollte, auf mich ergehen lassen sollte. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden ja in den nächsten Sendungen auch, liebe Zuschauer, weiterhin über diese Thematik sprechen, denn sie ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen heute lediglich kurz das Ganze, diese Thematik nur einfach mal einführen. Wir wollen vielleicht dann an beidem Robbieren nochmal abschließend, Remsetsab und dann vielleicht Sadilsab noch etwas, was für unsere Zuschauer jetzt nochmal relevant ist. Wie gesagt, die Selit den 70. Marsch stehen an und dann die Jelsab, dass man sich jetzt schon mal vorbereiten kann, das dann produzieren und veröffentlichen wir die Sendung auch jetzt schon, damit man sich jetzt schon mal ein bisschen etwas vorbereiten kann, auch um eben, Herr Sudeck, das Worten vollkommenen Gehorsam zu leisten. Remsetsab vielleicht erst Sie und dann abschließend Sadilsab, können Sie noch was dazu sagen? Genau, also die Jahresversammlungen stehen ja an, auch der Unterorganisationen, das heißt, jetzt können wir schon mal sozusagen versuchen, das umzusetzen und dann werden wir die Ergebnisse schon jetzt sehen, inwieweit tatsächlich Disziplin, Ordnung und die Leute auch davon profitiert haben. Aber für die Jelsa Salana würde ich noch einen Punkt gerne mitgeben wollen, um die Heiligkeit und Dukadus sich bewusst zu machen. Das ist das, der Gedanke, dass die Jelsa Salana etwas ist, was initiiert wurde von dem Propheten, von dem Propheten Allahs, von dem Imam der Zeit wurde das initiiert, durch seine eigene Hand. Das heißt, das ist sehr besonders und sehr heilig, einfach weil es von ihm initiiert wurde und begonnen wurde. Deshalb, wenn man dort sich begibt, dort da ist, zu sagen, okay, auch wenn ich vielleicht Schwierigkeiten habe, ungemütlich sitze, vielleicht irgendwie die Kleidung nass geworden ist, vielleicht Audioprobleme hier und dort gibt, dass man sagt, aber ich bin hier für Allah. Und weil es eine Initiative ist von dem Propheten der Zeit, von dem Imam der Zeit, dann denke ich, würde das auch die Grundeinstellung auf jeden Fall verbessern. Und man würde dafür Belohnung bekommen. Auch wenn man nichts versteht, kann man in der Latala Preisen, Sekre-Illahi machen und dafür würde man schon so viel davon profitieren. Es stehen ja auch jetzt die verschiedenen Veranstaltungen der Unterorganisationen an, dass es für uns schon mal die Plattform auch gegeben, dass wir uns auf das Größere vorbereiten. Es fängt bei den Ejelassad lokal an, dann zu den regionalen Ejelassad, dann auf den nationalen Ebenen dann auch diese Ejelassad, dass wir wirklich das dann auch dort schon sozusagen an den Tag bringen, unsere Einstellung, unser Bewusstsein, dass wir dann daraufhin auch wirklich auf die Ejelassad Salana schauen, dann dementsprechend uns auch entwickeln. Und genau diese Einstellung, die Grundeinstellung auch sozusagen jetzt schon entwickeln, damit wir die Ejelassad Salana entsprechend auch angehen können. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn lassen Sie uns alle gemeinsam, bitte, mit Allahs Hilfe versuchen, unseren geliebten Imam Lebek zu sagen. Und die Worte, die Herr Sudiaktis letztes Mal hier geäußert hat, auch umzusetzen, um dementsprechend Allahs Wohlgefallen zu erlangen, aber auch das seines Khalifen. Und damit endet auch unsere Sendung. Oder bis der Ejelassad Salana zu ihrer Zeit. Abschließend auch hier, liebe Zuschauer, Sie kennen das aus unserer Sendereihe, möchte ich Ihnen die Worte des Verheißen Messias Alayhislam näher bringen. Eben zu der Versammlung in diesem Zusammenhang jetzt mit der Jelassad Salana sagt der Verheißen Messias Alayhisselam, Der Hauptzweck dieser Veranstaltung ist es, allen aufrichtigen Personen zu ermöglichen, sich spirituell weiterzuentwickeln, sodass sich ihr Wissen vermehrt und sich ihre Erkenntnis mit Gottes Gnade und Unterstützung vertieft. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Zuschauen und Ihr Interesse. Bis zur nächsten Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen. Friede sei mit Ihnen.